Ich bin ja gerade mit der Kohle beschäftigt. Oh nein. So klar? Und zwei Spinnen. Die sind nicht her drauf. Problem ist, ich... Regenerieren verbraucht zu viel Nahrung in letzter Zeit. Oh. Ja. Bei meiner Rüstung ist auch schon wieder fast am Ende. Ah, Sandstein. Ne, das war's. So wie's will raus? Ja, klar. Gleich. Ich will erst noch meine XP von hier unten haben. Ich will nur meine Spielzeuge verbrauchen. Die ist ein Breaking-Ein. Ich bin so lange in der Welt. Ich habe einen Dungeon. Echt? Ja. Heeren Dungeon. How do you get down there you're good? Ich bin gesprungen. Und es hilft mir. Oh, fuck. Das Geländ Dungeon. Ja, wir haben genügt einfach. Ja, ah, George. Ich hab keinen Platz mehr. Ohne. Ui. Da ist eine Pferderrüstung. Eine Pferde, eine Eisenrüstung. Was? Ah, dich liegt in die Kiste einmal in Junk. Ja. Ohne. Komm, ein Ei. Namensschild. Das Brot. Essig gleich. Meat bones. Ah, das wird ein Fleisch. Kommt weg. Der Fleck. Die Sättel. Sättel. Eisen kann ich nehmen. Na gut. Nehme ich das Drinks. Nehme ich das Drinks. Nehme ich das Drinks. Ich nehme den Moosstern. Kann ich auch noch nehmen, wenn du willst. Herr Krammann mal hoch und schau mal wie viele Stacks wir haben. Das ist gefährlich. Oh, ganz klar. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist gefährlich. Ah, die Effizienz eins ist so viel keiler als die Handbrassers in Braking. Alter, das ist viel besser. Toll, dass wir damit gefunden haben. Ja. Dank mir. Dann hätten wir uns eine Ewigkeit Fischen erspart. Du wolltest ja schon wieder raus. Nicht? Hm. Sehr viel Kohle. Wie viel Moosstern hast du? Oh, ich habe hier... Ich habe hier bei mir jetzt 22. Dann nehmen wir den Rest auch noch. Mal schauen, was kann ich hier weg? Was kann ich hier hin? Was brauche ich hier nicht? Ich bin noch geimpft. Dann nehme ich noch lieber den Gunpowder mit. Oh, hier ist eine Schlucht. But I wanna die! Hey! Wird das deine Muffin? Nein! Aber ich will sterben! Oh! Oh! Der ist eine Schlucht. Das sind die Miedenschaften und nicht weiß. Gut! Frage! Bleiben wir hier und räume die Miedenschaft aus. Oder gehen wir? Oh! 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 wir leben wir. Die Chancen, die wir mitnucke, die wir mitnucke, die wir mitnucke, die wir mitnucke, das ist VERY wichtig. Das ist ja das wichtig, wenn wir ein Fahrzeug auch verändern, das ist ein 5-6-7-8-4-5-5-1-2-3-4-1-2-3-1-3-2-4-1-4-2-3-3-4-4-3-2-2-3-2-3-4-3-5-1-2-1-2-2-3-1-2-3-2-3-2. Ah, hier dann. Oder? Ja, hier dann. Habe ich Federvolling auf meiner Hand? Nein, einfach nicht. Wie konnte ich gerade den Ball überstehen? Ich hätte Federvoll. Ich hätte kein Federvoll. Warum? Hier oben hoch. Nein. Wir können aber hier auch. Du meinst wohl links, oder? Also, wie geht's? Moment. Ich habe noch den Kompass. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe schon lange den Kompass. Unterzeichnen? Ich habe schon fast ein Anfang. Okay. Äh. In dieser Richtung. Moment, ich mache gerade noch ein screenshot von den Koordinaten. Wir müssen uns auf Pferde holen. Ja, den nehmen wir eh mit beim Heimweg. Ja, wenn wir den Pferd beilaufen. Ja, werden wir. Hoffentlich. Na, komm, komm, die sind jetzt. Wie lange habe ich? Ich habe keine zwei Minuten gebraucht, um von denen zu den Pferden zu kommen. Ja. Und jetzt können wir sie beide heimsteuern. Ja. Hast du einen? Na, na, na. Na, na. Na, na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Na, na. du hast alles hat und wieder abgebildet werden werden hat schon sagt was ist wohl schlecht was hat schon so gut da hat er schon und ich glaube ich habe die einzelnen gegeben hatte am Anfang schon das will ich das mit zwei Lied geben ach so nicht dass die sie kommen nein du hast alle genommen aber kein jeser genommen lag in der Kiste vom Haus da wo ich alle Fischsachen reingelegt habe ich nicht genommen aber ich habe schon so eine Idee da helft sie mir zu stören einfach warum weil wir sie mitnehmen ja ich habe was tut meinte ja reicht schon mehr braucht aber später sind noch welche das sagst du hierfür zu zerstören dann lassen sie liegen also bis ich die die zerstörer der das macht es natürlich nur jetzt gehen gut Das tolle ist mit der neu eingeführten Sprint-Funktion kann auch ich sprinten, auch wenn ich lege, weil ich nicht doppelt zappen muss. Das heißt nicht, dass ich dich nicht verliere. Ich kann es gerade noch so sehen. Sagt es doch. Ich hatte gerade richtig schönes Standbild über der Luft, eine Sekunde stehen geblieben. Hast du Minecraft auf hoher Priorität? Ja. Ich auch. Läuft es bei dir besser? Ja. Ich denke schon. Das ist konstant 30. Lauf ich direkt? Ja. Oh. Darum redet es nicht. Ich hatte hier Mondblumen, also Mondblumen, nicht Mondblumen, Mondblumen. Das sind Propis. Hm. Wie, 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 wie. Propi gesagt. Wo habe ich die Eier her? Keine Ahnung. Oh. Ich bin nicht verlaufen. Oh. Ich bin nicht verlaufen. Oh. Ich bin nicht verlaufen. Oh. Oh. Hat sie einen Schmied? Ich weiß nicht. Sie hat einen Turm. ganz schön schön. Ich bin kein 19 Stornblock. Nicht? Äh, was siehst du als neu? Naja, ich meine die, die sie hier um den Ding haben. Sorry. Aber ich sehe keinen Eisenkulern, würde ich gleich wegschließen. 19 Weed, 12 Bücher. Hast du ein Schmied gefunden? Nein. Ich sehe mal, was sie alles wollen. Es wird eh dunkel. Oh, bleiben wir. Bleiben wir noch hier. Na, wir können die Laternen auseinander pflücken. Aber ich glaube, gibt es sich hier gar keine Laternen. Laternen. Ich sehe keine Laternen. Nö. Können wir uns nichts leisten hier. Also ich bin so allein. Oh. Der hat nicht meine Laternen mit Tätigen können. Hier sind noch Büro. Aber hier. nicht mehr. Ja, nein. Willste dringend Bust du. Ich habe ... Acht. Leider nicht. Wie viel mit hast du? 0. Oh Mann. 1,07 Uhr erfahren. Ja, aber wir haben nicht so viele, wie ich brauche. Ich habe 40 Knochen. Oh, wo. Oh. Mach noch mit ausmann. Euro. mehr und wir haben das gefälligste machen es ist immer noch da ist ein Platz so zum Ende der Welt und noch zu haben er geht nicht die Kommission ein Stück dafür Komm raus! Ja, komm schon! Ah, geht sich um zwei Stück nicht aus. Du hast sie aufgesammelt. Wo ist er? Keine Ahnung. Schädling. Komm die Englinge zu. So, jetzt haben wir zwei Weed. Ah, zwei Emeralds. Hey, wir können uns ein Ender-Auge holen. Für 10 Emeralds. Durch die Emeralds? Ein Ender-Auge? Ja. Also ein Ender-Auge. Ender-Auge. Oh! Aus dem Bogen mit Flame? Ja, schon lange. Flame 1 Power 3. Ah, hast du ja nicht viele Level drauf gehauen? Ich glaube. Nun. Machen wir ein bisschen Licht. Nehmen wir nicht ins Dunkel. Hi, Freunde. Den Emeralds verändern. Wir haben Krieger unsere Zeit ist eh schon wieder bald vorbei. Ja, dann werden wir dafür gehen jetzt lieber nach Hause. Auch jetzt mitten im Dunkeln. Okay. Ja, okay. Ja, okay. So, okay. Dann welche Richtung? Diese Richtung. Direkt oder? Direkt am Rand. Am Rand. Ja, doch. Daher, doch schon noch nicht. Er fällt immer mal. Paozolotos oder was? Was weniger. Alter. Nicht so schnell. Ich hab dich übrigens gerade von einem Creeper bewahren, ne? Der schon auf deiner Trace Route. Ich weiß, ich weiß. Ich bin da nur vorbeigelaufen. Mit erhobenen Stinkefinger. Oh. Hast du schon mal eine Spinne mit Unsichtbarkeitseffekt gesehen? Nein. Cool. Das ist aber irgendeine vorprädestinierte Antwort, oder? Nun, sagen wir es so. Es ist ein bisschen erschreckend. Warte mal, geh mal hier rüber. Ich glaube, mich auszukennen, oder? Tu's das. Dank mal. Hm. Hm. Ich weiß nicht. Doch, 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 doch. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, die... Ja, ich sehe schon. Die Chicas Jalapeno. Ja, 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 ist ja schon, ich hast doch nur hier oder... oder, ich ist ja da, also... ... fast. Die Kirche hat... Ich ist ja auch nicht in meinem Meter drauf. Ach, nee, wirklich. was gleich das geld hilft mir aber den ich habe ihn gerade besendet rechts 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 ein kräger scheint doch bitte den regen aus ein jahr mannst du dich dein pferd hat sich losgerissen das ist dein pferd kannst du die decke über mir weg klopfen bitte ja aber mithelfen die bewegt sie in alle regeln mich wieder runter kann kannst du meine pferde auch einsatz gehen bitte da bist du hin m ja warte das musst du machen ach ja um aufsitzen Kanzler ab dem Atmen etwa klar die städlinge der kann er durch ich kann das pferd fisch mit dessen bild für den bild man krieger dann wird es nervt will immer gar ganz fieberhaften namen fett ponies gestorben war das nicht dr.hoof nein dr.hoof abrufen